Schwindel beim Aufstehen Es hat ein bisschen was von Kontrollverlust. Man steht abrupt auf und plötzlich wird es einem schummerig. Die Umwelt dreht sich, vielleicht wird es auch kurz schwarz vor Augen. Dieser sogenannte orthostatische Schwindel kann beängstigend sein, gefährlich ist er normalerweise aber nicht. Begibt sich der Mensch von der Horizontale in die Vertikale, sprich, steht er aus dem Liegen auf Minus, wird er Opfer der Schwerkraft. Das Blut sackt in die Beine. Der Kopf wird entsprechend nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Die Kommandozentrale geht kurz mal in den Stand bei Modus, könnte man sagen. Deshalb ist der Betroffene zeitweilig nicht mehr Herr der Lage. Kurz abwarten, dann kommt das Blut zurück. Ein gesunder Organismus weiß sich selbst zu helfen. Er aktiviert die körpereigene Pumpe, das Herz. Es schlägt schneller, damit das Blut auch schnell wieder nach oben gelangt, erklärt Professor Ulf Landmesser, Direktor der Medizinischen Klinik für Kardiologie an der Berliner Karite. Wer öfter mit dem orthostatischen Schwindel zu tun hat, sollte langsam aufstehen und ausreichend trinken, rät Landmesser. Außerdem hilft alles, was den Kreislauf stärkt, Sport oder Wechselduschen zum Beispiel. Ist der Leidensdruck groß, können Betroffene mit ihrem Arzt sprechen. Manche Medikamente, zum Beispiel Betablocker oder Blutbedrocksenker, begünstigen den Schwindel. Eventuell kann der Arzt die Medikation dann anpassen. E. I. J. R.